so hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge forest wg mit dabei die mina, der andrena und ich natz dich. du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. hallo hallo. so ich mache jetzt hier erstmal einen körper. mit anlaufen, mit anlaufen, mit anlaufen. hier im wald geht es nicht viel holz. mina geht jetzt voll zu klein, denn wir gehen ja hinterher. ja aber immer schön hinter mir bleiben. da bist du. ja das wird jetzt interessant. also ich hätte jetzt so hier so reingeworfen. guck mal hier so. von hier aus werfen? alle hinter mir? ja. okay go. war hier letztes mal nicht noch eine steinformation? da kommt schon wieder so ein penner angelaufen. das war nur ein baum, oder? nee zwei sogar. naja. aber ich werde alles weggeknüppelt hier. hilfe. lauf weg. ich kann nicht. ich habe baum in der hand. so. ja jetzt läuft es noch wieder. au 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 au. also ich muss mich nochmal dafür entschuldigen, wie mies die Qualität der nächsten folgen war. hängt mich mal jemanden auf bitte. schnell. schnell. ich hab dich. hab dich. aaaa es dauert so lange. au 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 au. dacke. ja. also jetzt läuft es auf jeden Fall wieder konstant mit 30 fps. da bin ich auch sehr glücklich drüber. ich weiß nicht, ob es an... ich habe die einstellung runtergeschraubt und ich habe das codec gewechselt. hoffe dass das alles funktioniert. bei mir läuft es mit 30 fps. also bei mir läuft es mit 40 fps grad. also das spiel selbst läuft mit 60. aber wenn die aufnahme läuft. ja. ja. die aufnahme läuft jetzt auch flüssig mit 30. gottseidank. bei mir sind es ja zwischen 30 und 25. hier ist schon wieder so ein affe. guck mal, vielleicht schaffe ich es einen bomb auf ihn zu schmeißen. na mal abwarten. au au au, ich bin wieder. baum fällt. au au, ich bin schon wieder froh. baum fällt. was ist das denn? ich heb dich auf, ich heb dich auf. nö. bist du da? jo, jetzt haut er mich, der sack. ich hab ihn. ich haue ihm eine zweite kerbe in den hintern. dumme sau. au 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 au. jetzt müsst ihr mich gleich aufheben. ja jetzt müsst ihr mich aufheben. jetzt bin ich schon wieder tot. was? nicht zuerst. okay, ein einziger Typ schafft euch alle umzukriegen. haha, danke. ich kann ihn aufheben. ah, ich hab noch so viel Medizin. ich hab nicht mehr so viel, leider. ja, Medizinschränkchen haben wir ja. oh, ich hab auch nicht mehr so viel, stimmt. ich muss bald nochmal Koffer fahren. ja, haben wir ja eh da. du hast zweimal gestorben in der Aufnahme. das gibt's doch gar nicht. du bist nicht dreimal? was ist los mit euch? du bist dreimal. was ist los mit euch? ne, ich sterb immer, wenn ich's Maul so weit aufreiß. das ist ja wahrscheinlich die große Axt nicht geeignet, um den Schädel einzuschlagen. na, die, äh, die Schlagrate ist zugekriegen. ja. dann soll ich nochmal Dynamit werfen. gleich. ja, wenn wir hier alle Baumstämme weg haben, besser erst. ja. na, jetzt kloppen erstmal die Bäume weg. weil jetzt geht ja eh ruckzuck, wenn man so schaut. ja, jetzt ist hier, ist ja noch was. da liegt noch einer. da liegt noch zwei. juhu. ja. also hier kommt ein Baum. Vorsicht. oh, das war, oh, Alter, ist der mir grad über den Kopf geflogen. wow. so, was war das denn? oh, diese flüssigen 30 FPS sind ja traumhaft. ja, das macht Sinn, ne? ich glaub, bei mir liegt's da dran, weil ich, äh, im Hintergrund des Upload-Programms aufhabe. ach so, machst du das mit einem Programm? ja, mit dem, äh, hier, Java Uploader. ach so, ich mach das mal über YouTube ganz normal. du kannst da so schön Sachen speichern, das, äh, finde ich ganz praktisch. Vorsicht! da musst du nicht mehr so viel ändern. hoch! oh, hat nur für einen gereicht, schade. ne, waren zwei. hoch! ja, jetzt kommen die anderen runter. das war bei mir ein bisschen zeitverzögert. ja. wir haben's gleich. wir haben's gleich, ja. wir haben's gleich, ja. also rein physikalisch sollte die niemals halten, ne? aber sieht trotzdem geil aus. ja, Physik, wir kennen ja Minecraft. Physik ist in das Spielspielen nicht so richtig. wo ist denn hier, gibt's hier kein Seil? ne, ich darf's nicht denn anbringen. warte, ich bring mich, guck mal, warte mal. warte, warte, warte. das ist mein... mein Craftbuch schon wieder so dunkel. ja, das ist das letzte Ding schon gewesen. das letzte Locker dann aufnehmen. in oben. äh, so, Baumkoll. keine Ahnung, wo ich jetzt angebracht hab. das kann sein. ne, ich seh auch kein... ich glaub, es ist zu kurz. ist es das? ich schau, ich geh mal runter. ja. ah, es geht, es geht, es geht, es geht. wie's beim runtergehen ist, weiß ich nicht. ja, wir treffen jetzt in der Mitte. wow, 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 wow. fällst ein Stückchen, ja. ja, ich hab ein Stückchen. äh, Vorsicht, ich fäll mal Bäume mit Wiener Lipp. okay, wie bist du? bist du? da bist du. huch! oh, nein! oh, 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 das war... voll auf die Brücke. zum Glück ist die nicht eingestürzt. ja. Aber das hat sich gelohnt, oder? Ja doch, da, oah, hier liegt... Oh, hier liegt alles in Holz. Weiß ich nicht. Cool! Nami! Äh, hä? Black gewesen, vielleicht? Ja, wir sind wieder Bayerische 2-Arbeit jetzt. Hier reden wir dann von der Seite. Oh ja, oh ja. Die Brücke bei mir einfach fertig schon aussieht, wenn ich da nichts mehr ranbauen kann. Oh nein! Du musst dich an die tiefste Stelle stellen, da kannst du hochkommen. Oh, dann kriegst du das. Ja. Kriegt da noch was? Hier irgendwo? Öh. Dann brauche ich nicht mehr viel. Dann werde ich auch mal ein Stänkchen. Wo kann man das denn mal hinwerfen? Weiter weg, nicht, dass sonst wieder alles einkracht hier. Ja, ich glaube da... Oh, da siehst du eine 3-schöne Bollchen. Oh, 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 oh. Oh. Wie, jetzt nur einer? Also du verarschst. Du kannst das einfach nicht. Ja, scheiße. Oh ne, hier sind noch ein paar... Oh, jetzt kommen alle. Oha! Oha! Wir brauchen nicht mehr viele, nur noch 5 Stück. Oha! Also hier hinten liegt eine ganze Menge bei mir. Komm grad. Dann baue ich mal grad noch was. Müssten wir jetzt eigentlich auf der anderen Seite vom Glory hole, oder? Ja. Ja. Ah, da ist meine Plattform. Dann möchte ich hier... Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ja, ich möchte jetzt nicht mehr das Dynamit. Ich hätte gerne eine Axt in der Hand, sonst geht ja was schief. Also ein Baum fehlt noch. Ja, ich hol grad. Hier hinten müsste eine ganze Menge liegen. Oh ja, hier liegt noch einiges. Haben wir hier ne... Wieso haben wir ja keine... Ach Gott. Äh... Wie? Wir müssen die Treppe neu bauen, Leute. Stimmt. Das muss auch noch neu gemacht werden. Ich setz sie gleich eben. Adieu. Ich geh mal runter in den Wald, ähm, und werf da aber noch ne Stange Dynamit. Oh, hier sind ja gar keine Bäume mehr. Äh, hier liegt ja ein ganzes Menge Holz bei mir. Hier liegt ja ein ganzes Menge Holz. Ja, ich hab jetzt noch an ne andere Stelle was gesetzt. Hä? Weiß. Hat das jetzt geklappt? Oh Gott, super, das Seil ist zu kurz hier. Oh, das war Dynamit für lau. Schade. Probier mal nochmal. Machst du die Treppe da? Ja, ich mach ihm die Treppe. Vorsicht! Äh, B. Ich hoffe, ich nackt. Ich ist jetzt nicht in meiner Nähe. Du musst jetzt mal gucken, wo ist denn... Oh, da kommen die ganzen Balken runter. Ach du heilige. Okay, das war jetzt viel Holz. Äh, haben wir kein Wägelchen? Ich hab hier ganz viel Holz jetzt. Ich auch. Äh, pass mal auf, B. Hey, wo ist denn diese komische Holzkarren? Custom Stairs, die wollte ich doch haben. So, dann rotieren wir die mal. Wollt mich unbedingt ausruhen. So. Und dann irgendwie... So, müsste das doch funktionieren. Äh, Lodge Slag ist das, oder? Ja. Ja. Hier. Baust du den bei mir in der Nähe, oder wo baust du den? Hier, wo ich bin. Ach da. Sechs Dinger fehlen noch. Okay, die Treppe hier ist bereit. Äh, warte, wir würden mir gar nicht richtig ang... Jetzt. Sehr schick. Sehr schick. Denk daran, hier hinten bei mir liegt auch noch der ganze Wald voll Holz. Ja, dann bauen wir noch eins. Ich hab keine Ausdauer mehr. Komm mal her mit dem Teil. Stopp, stopp. Gott, wie viel hast du hier gefällt? Ja, ne? Das war keine Absicht. Doch, dann nix. So, wir werden die Lügen. Aber ich kann nichts mehr reinpacken. Ja, ich nehme das Wegelchen eben mit. Ja, das ist gut, dann nehme ich die hier zu Fuß. Ja, komm mal mit dem Wegelchen hier unten runter gleich einer. Wo bist du auch da hinten bist du? Ich kann ja mal gucken, ob wir noch ein zweites bauen können. Warte mal. Schnell mal die Treppe erstmal fertig bauen. Komm mal mit dem Wegelchen. Oh, Leute, ich war Hungar gleich. Das müssen wir gleich mal was essen hier. So. So. Ach, ja. Darf ich da mal was rausnehmen? Ja, mit E. Bin da nicht bei mir. Ah, jetzt hat das. Okay. Ich hinde den gar nicht. Äh, okay. Ich nutze dich. Ich komm mal mit dem Wagen. Ne, fahr noch dahinter. Lass uns jetzt die da hinten noch holen. Dann holen wir die vom Alex. Ach, das. Was? Äh, ein Baumchen fehlt noch für die Treppe. Dann haben wir wieder eine. Ach, scheiße. Ja. Mein Glücklichen Holz. Ja, ja, eben. Ja, das ist auch vor, ne? Wiener hat hier ordentlich gewütet. Ja. Hab ich. Da liegt mal richtig Holz. Noch jemand? Drei Stickies? Ja, genug. Eigentlich. Hab ich momentan keine. Ich nass dich. Hast du noch drei Stickies? Äh, ne. Die hatte ich da unten alle reingepackt. Schade. In den Halter. Ah, in den Halter also noch genug. Okay, dann lauf ich jetzt mal so. Ausdurchsweise. Das Ding. So, soll ich? So. Au. Bin in Wägenchen. So. Warte, ich dachte. Guck mal hier. Warte, guck mal. Ich komm mit. Mit dem Holzschlitten überfahren. Warte, nicht so schnell. Oh, der ist schwer zu steuern. So, Treppe ist fertig. Vor allen Dingen macht der ein Geräusch, ey. Geil, gell? Ach, wir haben wieder eine Treppe. Gott sei Dank. So, jetzt kannst du das Zeug da reinpacken. Ja, ist ja nicht mehr viel da. Das meiste habe ich alles schon in dem Türmchen da oben verbaut. Äh, Essen. Macht ja nix. Und da oben noch mit Sicherheit noch was zu essen, ne? Da hängt doch alles durch. Was man jetzt hier noch findet, kann man da schon mal reinmachen und dann muss man immer so oft laufen. Dürch. Die Wurzeln sind unser Essen hier. Ja. Oh, ja. Ist ja auch noch anständig hier unten. Oh, das ist gut. Lecker, lecker, lecker. Ja, ich glaube der ist voll. So. Schon? Da ist doch noch Platz. Naja, ist egal. Komm schon wieder mit dem Wägelchen. Äh, wollten wir jetzt Glory holen? Ja, erstmal das Holz hier noch einsammeln, bevor es diesbaut. Ach Gott, ja. Das, was Mina gefällt hat, diesen Riesenhaufen hier. Wir haben hier noch genug Lock Holder zum Glück. Ja, eben. Die habe ich schon gefüllt. Also ich kann hier auch gerne noch die Brücke dran bauen, die ich hier bauen wollte. Oder wollen wir das alles gleich essen? Ja, wir brauchen doch jedes Holz übers Glory hole. Ah ja, dann brauchen wir es, dann müssen wir es ja gleich mitnehmen. Boah, hier liegt hinten ein ganzer Baum. Das gibt es ja nicht. Hat Mina ganze Arbeit geleistet. Ja, aber richtig. Meine Güte, Mina. Meine Güte. Gut, ich habe auch zwei geworfen. Ich dachte, der erste hätte nichts gefällt. Und bei der zweiten ist hier runtergekommen wie blöd. Huch, mega leckt des Todes. Oh, ich glaube, es ist voll, oder? Haben wir noch ein Wägelchen? Ja, der Wägelchen hier hinten ist aber auch noch halb voll. Hm. Jetzt haben wir genügt. Also wir brauchen noch einen Wagen mehr, also hinten liegt nur ein ganzer Wagen. Wir brauchen noch neue Lock Holder. Ja, ich baue gleich mal einen. Da läuft schon wieder so ein Affe. Hilfe. Äh, B. Machen wir ihn dann hier. Bom, 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 bom. Lock Holder. Wo wollen wir hinstellen? Aua, hör auf mich zu hauen. Autsch. Jetzt hat Bayer mich gehauen. Ne, ne. Brenn, du Sau. Hat auch jemand ein paar Sticks? Ich gehe gucken, warte. Warte. Drei. Oh, Gott, reicht's. Aua. Frau mit riesen Titten. Oh, jetzt sind hier noch mehr, ey. Ich bin tot. Kann mich einer aufheben, bitte? Wo bist du? Da hinten. Ich seh dich. Komm schon. Äh. Feuerchen. Wir machen ein Feuerchen für die Dame. So, die Dame brennt. Huch, die Dame war bei mir eben grad gar nicht da. Nö. Wir sind jetzt hier. Der ist gerade auf weggeflogen. Äh. Äh. Ist der Lock Holder fertig? Ja. Ja. Warte, dann habe ich da noch Loks. Doch, ich muss jetzt eben erstmal was essen und dann muss ich mich auf Bank setzen. Oh, ich glaube die gehen schnell weg. Ich gehe mal gucken, ob hier unten noch welche sind. Was geht schnell weg? Die Loks? Ja. 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 Da sind tatsächlich noch welche. Oh Gott, Leute, hier sind noch ganz viele. Ja. So vier, vier Stück oder so. So um die Ecke links. Am Stein. Ich glaube hier liegt auch noch was. Da oben auf dem Eck liegt auch noch was. Ja. Oh ja, hier liegt auch noch vier. Ah, scheiße. Jetzt ist schon wieder alles voll. Ich geh, ich geh da mal, ich setz hier mal noch einen Lock Holder hin und dann gehen wir nochmal Sticky sammeln. Ja. Hier, da vorne gibt es so eine ganze Menge. Äh, G. Also die Loks habe ich jetzt mal hier. Ich sammle hier, ich sammle hier was Stickys. Ich auch. Wir haben über Sticky Holder auch, also. Ja. Ja, aber den habe ich glaube ich schon leer gemacht. Ja. Da waren aber zwei Sticky Holder. Ja, aber einer ist sowieso schon leer gewesen. Echt? Da habe ich von aber auch schon was reingepackt, weil der eine voll war. Vielleicht habe ich die mit rausgenommen, es wurde mir nicht angezeigt so richtig. Und da unten liegen doch immer so viele Sticks rum. Oh, Mina da rumdümpelt. Ja, da laufe ich gerade. Ich gucke. Ah. Da hängt doch schon wieder einer zwischen unseren Lock Holdern rum. Okay, mal im Mittags voll. Die Freustück hängen da rum, ne? Alte und ein Typ. Mann, sind die nervig. Können die tagsüber mal nicht schlafen wie normale Eingeborene. Wo hast du den Lock Holder gebaut da? Ein Stick fehlt noch. Warum verpiss dich? Also ein Stick, du? Ja, ich hab, ich hab, warte, ich bringe. Ich hab auch genügend wieder. Ich sag mir auch noch mal ein paar Sticks ein hier. Hey, muss ich auch noch mal auffüllen? Ja. Bei mir, ja. Okay, ich nass dich jetzt beschäftigt, brauche ich nicht hinterherlaufen. Nee, bin ich nicht mehr. Ich brauche nur noch einen Schlag für die Viecher, dann brennen die eh. Ja, eben. So. So, der ist fertig. Der abzündet den Wald halt an. So. Huch, ne, das war falsch. Ne, das war auch falsch. So, jetzt habe ich hier noch ein paar Loks ein, die Mina hier noch verstreut hat. Oh Gott, ich muss mir mal was zu essen machen gehen. Ja, das ist ja egal. Wir können gleich den nächsten Lockholder bauen. Ja, der ist auch voll. Ja, Mensch, können wir hier oben ja schon fast das nächste Stockwerk draufsetzen. Ja, also, äh. Als nächstes kommt ja die Brücke übers, glaube ich, holen. Haben wir noch einen Lockholder? Ja, dafür haben wir das aber an einer falschen Stelle hier. So, das ist ja hier. Das haben wir jetzt zwei Schlimme. Die Frage ist, können wir die Brücke eigentlich dann bestücken, weil wir ja nicht unter die Brücke kommen? Ja, und dann müssen wir eben schauen, dass wir es, äh, von vorne aus bestücken können oder von der anderen Seite. Ich hau grad noch, ob wir noch Locks sind irgendwo. Ich speichern mal eben. Ja. Ja, ich glaub, das mach ich auch mal grad. Das ist eine sehr gute Idee, aua. So. Okay. Wieso hab ich das Feuerzeug eigentlich noch an? Erstmal hier nur ein Stofffetzen drum wickeln. Ich hab mal Lampen aufgestellt. Ja. Warum nicht? So, hier über die Brücken, weißt? Hm. Und ich glaub, wir haben alle Locks. Und das ist von hier. Ich muss mich mal ein bisschen auf die Bank setzen. Ja, müsst ihr aber mal. Ich bin grad auch so ein bisschen fertig hier. Ja, ich brauche was zu essen. Baumstämme schleppen ist auch echt ne anstrengende Geschichte. Oh. Ja, absolut. Ja, das macht einen fertig und wir haben den ganzen Tag gebraucht. Wird schon wieder Nacht. Ich will erst mal gucken, was ist das da hinten für eine Aussicht. Eine coole auf jeden Fall. Was wollt ihr denn jetzt sagen? Oh nein. Oh, über das Glory Hole dann noch ne Brücke bauen, oder was? Ja, wir müssen uns auf die andere Seite vom Glory Hole. Hm. Und dort auch so nen Hochsitz bauen und dann schauen wir, ob man die Brücke hinbekommen kann. Ja, dann mal los, ne? Ja, nehmt die zwei die Wege mit. Ich glaub, das dauert zu lange, die da rüber zu schleppen. Ja. Ja, dann fällen dann... Oh, hallo. Dann, äh... Wir haben ja noch Bomben genug, ne? Ja. Ja, freilich. Ach komm, das schaffen wir. Ich setz mich noch kurz auf die Bank hier. Ähm, ich fang schon mal an. Ich setz schon mal hier die Brücke und dann bringe ich die mal rüber. Ja, genau, mach das. Und wir gehen schon mal rüber. Ja. Ja. Boah. Demütlich hier hinsetzen. Wir können da drüben auch irgendwo einen Hochsitz bauen. äh, zum Speichern quasi. Wahrscheinlich besser. So. So. Ja. Dann, wir probieren's einfach mal. Das sehen wir hier. Gott, ich hab die Brücke in der Hand. Dann nach rüber rum. Warte, ich... Ich guck mal, äh, so eine normale Plattform bauen hier. Nee, äh... Wollst du nicht? Weiter, weiter, weiter. Wir sind noch nicht auf der anderen Seite. Ich schon. Nee, nee. Hä? Andere Seite ist hier hinten. Da wo Anatsu ist da oben, ja. Da wo Gronkh baut quasi auch. Ähm. Ich dachte ihr wolltet einmal quer rüber. Okay, die Brücke ist gerade ein bisschen, glaube ich... Ja. Wagt. Wieso? So. Jetzt wird's mir gar nicht mehr angezeigt. Ja, ich kann die nur bis hier hin machen, wo ich jetzt bin. Weiter geht nicht. Okay, dann bauen wir's halt dort, oder? Die sieht, äh... Das sieht überhaupt nix mehr. Sehr, sehr lustig aus gerade. Ja, dann hängt... Wenn wir sie da bauen, dann hängt's aber nicht über'm Glowy Hole. Nee. Die hängt... Und die hängt auch jetzt nicht mehr wirklich. Wieso ist sie jetzt straff gespannt? Nein, die geht hier quasi senkrecht nach unten weg. Warum auch immer, das ist... Ah, das Glowy Hole vielleicht verbuggt in der Mitte, hm? Ja, ich glaube auch. Und sobald ich übers Glowy Hole spanne... Ich geh mal kurz ein bisschen weiter nach außen... Vorsicht hinter dir, Mina, links. Hä? Okay, hier geht's wieder auf. Sehr geil. Die läuft quasi durch den Boden durch. Okay, ja, ab einer gewissen Länge läuft die durch den Boden durch. Alter, da hinten kloppen sich voll viele. Lass die mal sich kloppen. Also... Äh... Ja... Wir sind denn hier? Genügend. Bepiss mich mal. Äh... Ich versuch's gerade auch mal... ... dass ich hier... Oh, um Gottes Willen. Nee, die hängt hier schon nicht so... Oh, mein Feuer ist schon durch den Boden durch. Ja, da macht's keinen Sinn. Die sitzen voll viele rum. Nee, das bringt nix. Schade. Das bringt nix. Oh, misst meine feine... Dings brennt nicht mehr. Oh! Da steht Fäckl von mir. Hi! Wiemann. 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 Aua. Dann lassen wir wieder zurückgehen. So, wir müssen uns ein Fäckl her. Ich bin tot. Hebe mich mal auf. Komm schon. Muss ich mir noch überlegen, ob ich das... Aua! Aua! Du Arsch! Aua! Warte, warte, warte. Dafür fackele ich dich ab, du Schwein. Super, sag ich dein Schein aufgenommen. Ich hab dich. Dankeschön. Oh Gott, ich brauch mehr Medizin. Ich brauch mehr Medizin. Weil du durch meinen Molotow-Projekt laufen bist. Ja, Medizin, dann lassen wir zurückgehen zum Häuschen. Weiß'n das? Nehmen wir da hinten. Du lebst immer noch. Oh, da kommt schon wieder einer. Der brennt auch schon wieder. Der ist gegen Nina gelaufen und hat sofort Feier gefangen. Dann bauen wir Minas Türmchen fertig drüben. Das ist schon fertig. Ja. Das müssten wir nur noch mit Brücken verbinden, quasi. Wenn wir da schon rumlaufen können. Ach, du heilige. Wär schön gewesen, aber klapplich. Ja, ich bin fast zu Hause. Wir können mal gucken, ob wir den Platz voll aufs Blurryhole draufbauen können. Das können wir machen. Ich bin fett drüber, oder? Und wie viel Locks willst du da hin noch mal kurz? Äh... Welche ist das dann? Kastelf? Kastelf? Ja, aber ich glaube nicht, dass das funktioniert. Also kann man nur bis zum Rand quasi bauen. Und ich kann es euch mal zeigen hier. Ja. Ja. Das würde gehen. Aber ob sich das lohnt? Ja, jetzt habt ihr Schiss, ihr kleinen Kicker, ey. Ich mach's wieder weg, ja? Wollte mal, komm mal, ich will es aufsehen. Schon weggemacht. Ich kann's dann gerne noch mal machen. Ne, ne, aber es passt schon, weil ich hab's ja gesehen beim Gronkhauflass. Die haben sie abends bis zum Rand gebaut. Was geht denn? Was geht denn? Du bist ja extrem nah dran. Es geht ja auch gut. Jetzt läuft die Rütteln. Dann bauen wir halt unsere Rütteln fertig und so hoch. Ja. Dann bauen wir halt unsere Rütteln fertig und so hoch. Dann bauen wir mal in den Boden rein und dann gibt es da noch was. Ja. Da läuft gerade eine Taschenlampe über den Wald. Ja, die kommen. Die haben die immer hoch. Lustig. Aber man kann es leider nicht bauen. Aber damit würde ich tatsächlich über Slotel rüberkommen. Naja, lass mir das. Was du kannst, du hast, was du rüberkommst? Ja, ich kann es nur nicht setzen. Ich kann es nicht platzieren. Ich muss mal was trinken. Also wie viele Vieh hier läuft schon wieder an der Parizade rum. Naja, aber der tut ja nichts. Vielleicht stirbt er irgendwann von alleine. Gut. Ja, aber unten drunter sind schon wieder so viele. Ja, aber wir müssen ja endlich mal zumachen, ne? Hast du schon recht. Kann man das hier mal an? Vielleicht fackeln die sich hier irgendwann von selbst ab. So. Lecker. So, was ist das? So, das ist wieder fertig. Der läuft eh weg. Mal kurz was essen hier. Boah, Gott sei Dank. Warum lässt du mich jetzt den Scheiß hier nicht platzieren? Oh, gegessen getrunken. Perfekt. Wollen wir gleich mal in die andere Höhle unten gucken, die gegenüberliegend ist? Ob sich da schon was geändert hat? Das können wir mal machen, ja. Hm, hm, hm. Ich glaub, das können wir jetzt in der nächsten Folge machen, oder? Ja, genau. Ja, ja, ja. Jetzt gib mir schon den Schokoriegel. Ich will ihn. Gib ihn mir. Gib ihn mir. Huah. Wir sehen uns in der nächsten. Genau. Bis dann. Bis dann. Tschau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.